Die AfD gibt es jetzt seit sechs Jahren und immer wieder ist auch heute natürlich im Grunde genommen schwebt über solchen Debatten doch ein bisschen die Frage, warum die Gegenöffentlichkeit immer noch so schwach ist. Natürlich haben wir ein paar Blogs, wir haben Tichys Einblick, wir haben Cato, wir haben einige Publikationen, aber insgesamt müssen wir doch sagen, dass die Gegenöffentlichkeit erstaunlich schwach ist und das trotz aller der Skandale, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Wir haben Relotius gehabt, wir haben einen ähnlichen Fall bei der Zeit gehabt und wir haben natürlich auch die Studie zur Berichterstattung über die Grenzöffnung, die ja auch sagte, all dies war an der Grenze zur Lüge, zur Verdrehung, zur Entstellung und trotzdem muss man sagen, lieber Marc Jongen, ist doch die Gegenöffentlichkeit noch immer nicht verankert oder wie sehen Sie es? Ne, ich sehe es ganz genauso, ich meine, das sehen wir alle. Als Philosoph neigt man dazu, die Gründe irgendwo im Geistigen zu suchen oder in mangelnder Aufgeklärtheit und Ähnlichem, aber ich glaube, hier muss ich über den Rand der eigenen Disziplin hinausschauen und zu so ganz handfesten Gründen wie eben dem mangelnden Zugang zu den großen Medienkanälen kommen, der ganz einfach dafür sorgt, dass wesentliche Stimmen unterdrückt werden, dass Positionen überhaupt nicht in die breite Öffentlichkeit dringen und dass wir eben deswegen als Gegenöffentlichkeit auf diese Kanäle des Internets und diese neuen sozialen Medien angewiesen sind, dass wir im Falle einer gerechten und ausgewogenen Berichterstattung auch in der Öffentlichkeit jetzt außerhalb dieser sozialen Medien sehr großen Zuspruch erfahren würden. Das zeigen ja unsere exorbitanten Zustimmungsraten in eben diesen sozialen Medien. Also wenn dort Umfragen stattfinden zu politischen Fragen, die eigentlich nach vernünftiger Überlegung nur eine klare Antwort zulassen, dann ist dort immer so, dass die AfD mit großem Abstand oder sehr häufig so mit großem Abstand am besten abschneidet und viele unserer Wahlkämpfer machen sich dann oft die falsche Vorstellung daraus, das lässt sich unmittelbar dann auch in die Wahlergebnisse übersetzen. Dann müssen wir traurigerweise feststellen, nein, so funktioniert es nicht. Wir haben eben trotzdem nur 13 Prozent insgesamt jetzt im ganzen Bundesgebiet und nicht diese 30 oder noch mehr, die uns diese Umfragen hier suggerieren. Aber das zeigt, es gibt uns ja auch Hoffnung, das zeigt, dass wenn, sobald unsere Argumente durchdringen auf den großen Kanälen, dass es sich dann auch ändern kann und ändern wird, da bin ich ganz überzeugt davon. Der einzige Teil Deutschlands, wo das ja nicht gilt, insofern sind wir hier nicht ein globales oder nationales Dorf, sondern es gibt da doch noch sehr große sektoriale Unterschiede. Das ist doch die ehemalige DDR oder die neuen Bundesländer, wo eben diese Indoktrinierung durch die großen Fernsehkanäle und durch die Hauptmedien, Mainstream-Medien eben so nicht funktioniert. Und wir hatten jetzt gerade Gelegenheit, auch im Bundestag, ich selbst in einer Rede an diese 30 Jahre Jubiläum friedlicher Revolution zu erinnern. Die Menschen dort wissen eben, wie es, erinnern sich noch daran, wie der Mechanismus funktioniert, dass ein Regime sozusagen Propaganda vorgibt und wie dann eben sozusagen die Gehirne danach programmiert werden. Und für die Ostmenschen war das ja eigentlich ein gängiges Erlebnis und eine gängige Einstellung sozusagen, das, was in der Zeitung steht, gerade nicht zu glauben. Und gerade zu wissen, was da steht, ist sozusagen ein Propagandatrick. Das müssen wir erst lernen. Ja, ich sage es gleich noch abschließend, es gibt dazu eine witzige Bemerkung eines russischen Beobachters, dessen Name mir jetzt entfallen ist, der jedenfalls über die Deutschen dann erzählt hat. Mit denen zu diskutieren, ist so furchtbar langweilig, weil die sagen alle, was schon in der Zeitung steht. Und sozusagen, die glauben das, was in der Zeitung steht, während das im Osten ganz undenkbar ist. Und dazu müssen wir jetzt leider wieder hinkommen, weil die Verhältnisse sich annähern. Darf ich Sie bitten, das Mikro noch einmal an Frau Lengsfeld weiterzugeben? Liebe Frau Lengsfeld, ich würde auch gerne diese Frage, warum es mit der Gegenöffentlichkeit, warum sich die Gegenöffentlichkeit aus meiner Sicht noch nicht so richtig entwickelt hat, würde ich gerne jemanden fragen, der selbst einen Blog schreibt. Haben Sie das Gefühl, dass Sie sozusagen immer mehr Leute, oder sich immer mehr Leute für Ihren Blog interessieren und die Sache wächst und wächst? Oder haben Sie nicht auch das Gefühl, dass Sie an so etwas wie eine gläserne Decke stoßen, dass man doch immer wieder die gleichen Leser findet? Oder haben Sie da andere Erfahrungen? Ja, ich sehe das in der Tat etwas anders. Also erstens, was meinen eigenen Blog betrifft, habe ich den erst etabliert, als ich festgestellt habe, ich war ja oder bin immer noch Autorin der Achse des Guten. Das ist ja eine jetzt schon über zehn Jahre bestehende Internetzeitung, die inzwischen so viele Autoren hat, dass der eigene Beitrag manchmal innerhalb von einer Stunde von der ersten Seite verschwand. Und nachdem ich ein paar Mal eine Mail gekriegt habe, ja, warum finden wir denn jetzt gar nicht mehr Ihre Beiträge auf der Achse des Guten, weil die eben so schnell verschwanden, habe ich gedacht, na gut, dann mache ich eben für meine Leser einen eigenen Blog. Und ich habe mittlerweile, mein Blog existiert jetzt zweieinhalb Jahre und ich habe mittlerweile zwischen 30.000 und 50.000 Zugriffen pro Tag. Und das ist für jemanden, ohne eine Partei oder einen Verein oder eine Zeitung oder sonst was im Hintergrund zu haben, denke ich, schon ganz ordentlich. Und dann ist es ja auch gelungen, dass wir zumindest teilweise schon uns vernetzt haben als freie Medien und uns gegenseitig unterstützen und auf diese Weise auch die Effekte oder die Zugriffe vermehren. Also ich sehe, dass etwas anders, diese Gegenöffentlichkeit ist bereits da, die ist nicht in der veröffentlichten Meinung abgebildet. Und ich glaube, wir sollen uns auch nicht der schwachsinnigen Hoffnung hingeben, dass die Mainstream-Medien eines Tages mal auf uns einsteigen werden, sondern wir müssen einfach ganz gelassen weiter abwarten. Die verlieren ständig Leser und zwar eklatant. Und wir gewinnen ständig welche dazu. Und irgendwann wird sich das treffen. Und ich glaube, dass dieser Zeitpunkt nicht mehr so fern ist. Das erfordert allerdings wirklich auch ein Umdenken. Mit diesen neuen Medien ist eben auch eine völlig neue Situation entstanden. Und allzu viele denken noch in den alten Schemata. Also wer nicht in den Talkshows und in den Zeitungen vorkommt, den gibt es nicht. Das ist längst nicht mehr so. Also ich behaupte mal, ich war nicht ganz unbekannt zu Zeiten der DDR. Ich war auch nicht ganz unbekannt, als ich Abgeordnete des Deutschen Bundestages war. Aber dass ich jetzt ständig auf der Straße angesprochen werde, Hallo sind Sie, Frau Lengsfeld, ich wollte Ihnen bloß mal sagen und dann so weiter, Das ist erst in den letzten Jahren passiert. Also zeigt mir das, dass die freien Medien wirkungsvoller sind, als wir denken. Sehr schön. Wir alle hoffen darauf, dass Sie bald die Abrufzahlen der Bild-Zeitung übertreffen. Nun noch eine Frage an Karl-Heinz Weißmann, die auch in diesen gleichen Bereich fällt. Früher war es ja so, dass man alles machte, aber man teilte nicht die Auffassung seiner Eltern. Warum gibt es eigentlich diese Pendelbewegung? Naja, warum gibt es eigentlich diese Pendelbewegung nicht mehr, dass die Kinder oder Schüler nicht die Meinung der Eltern und Lehrer ablehnen, sondern dass es ja heute so aussieht, als würden sie eins zu eins die Meinung ihrer Altvorderen und auch ihrer Lehrer übernehmen. Bei Ihnen bin ich mir da nicht so ganz sicher, deshalb hätte ich gerne Ihren Erfahrungsbericht. Ja, Erfahrungsbericht könnte sich ein bisschen hinziehen. Also in der heutigen Ausgabe der Berliner Zeitung ist im Feuilleton so eine Textgolage abgedruckt, vier Beiträge von Frauen über ihre Beziehungen zu ihren Töchtern und Fridays for Future. Und es ist also vollkommen klar, dass die Eltern, also in diesem Falle die Mütter, sich alle in der Rechtfertigungspflicht gegenüber ihren natürlich aufgeklärteren und fortschrittlicheren und asketischeren Töchtern sehen. Das ist zum Teil also mit einem kleinen Schmunzeln serviert, aber man merkt die Ernsthaftigkeit in den allermeisten Fällen schon. Und das ist meiner Meinung nach signifikant. Es ist auch so, dass alle Erhebungen, die es zum Thema gibt, immer eines signalisieren. Es hat niemals zuvor oder jedenfalls nicht in der Zeit, in der man solche Zusammenhänge zu erfassen versucht hat, eine so große Übereinstimmung im Hinblick auf Werthaltungen gegeben zwischen der Eltern- und der Kindergeneration wie heute. Und das hängt eben damit zusammen, dass die junge Generation in der besten aller denkbaren Welten aufwächst. Was hat sie auszustehen? Sie wird pädagogisch gesehen ununterbrochen für alles gelobt. Ich pflege gerne bei der Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass ich mit lockerem Abstand den Wettbewerb Strengster Papa der Welt gewonnen habe, den meine Tochter mit einigen ihrer Schulkameradinnen veranstaltet hat. Und als ich dann doch leicht betroffen fragte, wie es denn dazu gekommen sei, lautete die Antwort, du lobst nicht alles, was ich mache. Und ja, also das war eben so, dass die anderen jungen Damen eben gewohnt waren, dass alles ganz großartig war, was sie produzierten. Und am besten auch gleich an die Wand gehängt. Nun gut, Spaß beiseite. Also ich glaube, dass es eben tatsächlich Gründe für diesen Sachverhalt gibt. Und der liegt nun einmal daran, dass es da keine Bastionen zu stürmen gibt. Da gibt es nicht mal Holzfors, sondern die Betreffenden werden ja mit jedem Anliegen mit offenen Armen empfangen. Es gibt Kinderparlamente, es gibt Jugendparlament, es gibt alle möglichen Veranstaltungen, bei denen die junge Generation hofiert wird. Nach Strich und Faden. Und man, wenn Sie die drastische Formulierung erlauben, bläst Ihnen so viel Zucker in den Hintern, dass es ja eben auch kein Wunder ist, dass die Reaktionen entsprechend ausfallen. In den USA, nicht? Danke, ich weiß, wir ziehen da an einem Strang. Also beim Nichtblasen. Und es ist eben so, in den USA gelten mittlerweile 25% der jungen Generation als in irgendeiner Art und Weise sozial oder psychisch auffällig. 25%. Die Menge derjenigen, die Psychopharmaka brauchen, wächst immer weiter und ungebremst. Und ich muss kein Prophet sein, um zu sagen, das kriegen wir hier auch. Ja, denn es ist tatsächlich so, dass alle diejenigen Methoden, die in der Vergangenheit, also entweder aufgrund der Beschränktheit der Verhältnisse oder aber aufgrund der Strenge der Erziehung eine Auflehnung provozierten, die sind einfach weggefallen. Das gibt es nicht. Als Lehrer, ich meine, ich weiß wirklich ganz genau, wovon ich spreche, was für eine Verstörung es manchmal auslöst, wenn ich bestimmte Dinge, die ich nach wie vor als Selbstverständlichkeit betrachte, einfordere. Die Verstörung erstreckt sich nicht nur auf die Kinder, sie erstreckt sich auch auf die Eltern und auf meine Kollegen und oft auch auf meinen Schulleiter. Denn es ist tatsächlich so, dass es einfach ein Irritationsmoment ist, wenn jemand sagt, nein, da ist eine Grenze, wenn du die überschreitest, wirst du die Konsequenzen zu spüren kriegen und die werden nicht angenehmer Natur sein. Und die letzte Phase, in die wir jetzt meiner Meinung nach kommen, im Hinblick auf das gesamte Erziehungswesen, angefangen von den Familien bis zu den Universitäten, wird diejenige sein, das Einzige, was noch steht, das ist individuelle Autorität. Wenn sie über die nicht verfügen, dann Gnade ihnen Gott. Das sollte er sowieso tun, aber jetzt zu einer Frage, die Mark Jongen aufgeworfen hat. Die ich aber gerne von allen dreien oder zu denen ich alle drei noch hören würde. Sie sagten, die Linke wird an ihren inneren Widersprüchen zugrunde gehen. Nun haben wir 1989 erlebt, wir erleben gerade Venezuela, wie Venezuela hat jetzt glaube ich eine Inflationsrate von 1,3 Millionen und trotzdem ist die Liebe der Linken zu solchen Experimenten ungebrochen. Also auch der Rollback, von dem Vera Lengsfeld berichtete, mit Blick auf die friedliche Revolution, zeigt ja nicht unbedingt, dass hier die Widersprüche auch erkannt werden. Mein Eindruck ist eher, wer diese Widersprüche erkennt, wird konservativ und die Linken bleiben links. Aber ein großes Revirement der linken Utopien kann ich nicht feststellen. Wenn Sie sich den Spiegel angucken mit seiner immer neuen Kritik am Kapitalismus, sieht das für mich nicht so aus, als würde die Linke von ihren Träumen Abstand nehmen. Naja, das Konservativwerden betrifft ja die Klügeren unter den Zeitgenossen, die nämlich in der Lage sind aus Gedanken zu lernen oder sich bestimmte Szenarien in ihrer Fantasie durchzuspielen und daraus ihre Konsequenzen zu ziehen und ihre Einstellung dann zu ändern oder eben Argumente einzusehen. Es gibt aber noch die andere Form des Lernens und die ist die leider Gottes die verbreitetere und das ist das Lernen aus Katastrophen oder aus eben physischem Schmerz oder dadurch, dass es einem eben weh tut, das eigene Verhalten oder die eigene Einstellung. Und ich fürchte eben, dass dieses Zugrunde gehen an den Widersprüchen durchaus mit erheblichen gesellschaftlichen Verwerfungen noch einhergehen wird. Ich meine, worauf habe ich damit angespielt? Ja, hauptsächlich auf diesen einen Hauptwiderspruch, dass man sich für alle möglichen Unterdrückten, Schwachen, Minderheiten und so weiter stark macht, für die einsetzt. Zugleich aber einer Ideologie sozusagen, dass es den Boden bereitet oder den roten Teppich ausrollt, die eben alles im Sinn hat, außer sozusagen diese Minderheiten zu hofieren, sondern ganz im Gegenteil sich sehr harsch und ja auch brutal in gewissen islamischen Ländern. Wir wissen es, gibt es die Todesstrafe für Homosexuelle und Ähnliches eben so diesen Minderheiten gegenüber verhält. Auch die Rechte der Frauen sind jetzt in islamischen Gesellschaften nicht gerade die oberste Priorität, sondern sind eher hinten angestellt. Und das ist ein derart eklatanter Widerspruch, dass es, wenn man sozusagen dieser Ansicht freien Lauf lässt und sie weiterhin die Politik bestimmen lässt, dass es dann zu sehr üblen Verhältnissen kommen wird, die nicht mehr sich im Rahmen des zivilisierten Diskutierens abspielen werden. Wir müssen jetzt da gar nicht ins Detail gehen, aber es ist vieles leider schon vorstellbar. Und ich fürchte, dass uns da einiges noch in die Richtung bevorsteht. Und umso wichtiger ist es ja, darüber aufzuklären und eben diesen Weg des Lernens durch Einsicht und durch Versuch, sich durch die Vorstellungskraft gewisser Entwicklungen vorwegzunehmen, eben diesen Lernweg zu nehmen, diesen einzuschlagen und offen zu halten. Und der wird ja momentan immer mehr eingeschränkt, weil man es nicht zulassen will, dass überhaupt über diese Fragen überhaupt nur noch diskutiert wird. Und das ist diese ganz, ganz gefährliche Verengung des Diskursraumes, über die wir ja hier auch sprechen. Und wir sind eben da, das offen zu halten. Jetzt möchte schon Karl-Heinz Weiß mal antworten. Ich möchte aber noch ganz kurz Frau Lengsfeld fragen, nochmal die gleiche Frage. Haben Sie denn Hoffnung, dass die Linke an ihren inneren Widersprüchen zerbricht? Oder haben Sie sie aufgegeben? Naja, also da muss ich zwei, drei Sachen wollte ich sagen. Erstens, nur nochmal als Replik auf Ihre Bemerkung vorhin. Ich muss überhaupt gar nicht die Auflagenzahlen der BILD erreichen, weil wer auf meinen Blog kommt, der liest mich. Und zwar nur mich. Währenddessen, wenn man sich die BILD kauft, kauft man sich die vielleicht auch nur für einen Sportteil. Also auch das muss man bedenken bei den neuen Medien. Die funktionieren auch anders als die klassischen Zeitungen. So, Thema. Zu Ende, was die Linken betrifft, gibt es zwei Punkte. Also erstens den allgemeinen. Die Linke war immer sehr gut in der Propaganda. Und sie hat die Propaganda zu einer Perfektion gemacht, dass ihr es tatsächlich gelungen ist, Massen von ihrer Idee zu begeistern. Und dann, als die Idee in die Realität umgesetzt wurde, angefangen mit der Sowjetunion, und das ganz verheerend schief ging, hat die Linke die nächste Fähigkeit entwickelt, nämlich die Augen fest vor der Realität zu verschließen und auch sogar die Verbrechen ihres Gesellschaftsexperiments einfach nicht zu sehen, beziehungsweise zu leugnen. Und da gibt es ja historische Beispiele. Also man konnte Pulitzer-Preisträger werden, als man die Hungergebiete der Ukraine besuchte und anschließend einen Artikel darüber schrieb, dass das alles westliche Propaganda sei und man hätte in Voskau so ausgezeichnet gegessen und Hunger gäbe es nicht. Also die Linke hat immer so agiert. Und was ist 1989 passiert? Die ganze Westlinke, vor allen Dingen in Westdeutschland wieder, die die DDR für das bessere Deutschland erklärt hat, weil sie sie nicht selber am eigenen Leibe ertragen mussten, sondern das mussten wir. Und dann immer ganz gut philosophieren konnte, dass die Teilung Deutschlands die gerechte Antwort auf die Nazidiktatur sei, weil man ja eben die Folgen nicht selber zu tragen hatte. Die waren natürlich erst schockiert, als das bessere Deutschland verschwand. Und dann waren sie, glaube ich, nachdem sie ihren Schock überwunden haben, ganz froh, dass das Original nicht mehr existierte. Denn dann war wieder freie Bahn für die Fantasien. Und das ging los, es war nicht alles schlecht in der DDR. Mittlerweile war das meiste sogar gut und wieder nachahmenswert. Und warum ist das gefördert worden? Durch einen entscheidenden Fehler. Und der entscheidende Fehler war, dass nach dem Zusammenbruch der DDR die Öffentlichkeit nicht ausreichend davon unterrichtet wurde, dass diese DDR auch restlos pleite ist. Dass die Wirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig war, dass die DDR bankrott war und so weiter. Das hat man so mit dieser... Wir helfen euch. Also die DDR-Pleite ist mit viel westlichen Subventionen aufgefangen worden. Und es wurden die blühenden Landschaften versprochen, die ja auch kamen, was das äußere Bild so weiter betrifft. Und als dann zeitverzögert die Folgen des DDR-Pankrottes eintraten, konnte sich die SED, die inzwischen PDS hieß, hinstellen und sagen, aber damit haben wir gar nichts mehr zu tun. Das sind die Folgen der Fehler der Einigungspolitik und nicht des Bankrottes der DDR. Und weil eben dieses Missverhältnis von Anfang an bestand, ist es heute wieder so leicht, für die Enteignungsfantasien gefeiert zu werden und dem Publikum weiszumachen, dass in der Umverteilung das Heil für alle liegt. Man muss nur die Umverteilung dieses Mal richtig machen. Das Letzte, was Sie gesagt haben, Frau Lengsfeld, ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb es mit Ernst Neute eine ewige Linke gibt. Also ich glaube nicht an das Verschwinden der Linken. Es gibt einfach einen zu mächtigen Impuls im Menschen, der auf mehr Gleichheit setzt und auch darauf, dass eben Gleichheit dadurch erreicht werden kann, dass man denjenigen, die etwas haben, das wegnimmt oder wenigstens ihnen einen Teil wegnimmt und es an die anderen verteilt. Das ist kein neues Phänomen. Das gibt es wahrscheinlich wirklich seit den ersten Streiks an den Pyramiden und den Auseinandersetzungen im alten Sparta und im alten Israel über die Landverteilung. Das ist etwas, von dem ich einfach nicht glauben kann, dass es jemals politisch bedeutungslos wird. Was aber meiner Meinung nach auch im Blick behalten werden muss, ist, wir haben eigentlich seit 100 Jahren Klarheit darüber, dass diese Konzepte, die aus dem 19. Jahrhundert stammen, so nicht mehr tragfähig sind. Das ist eigentlich seit 100 Jahren klar. Wir haben jede Menge Fragen, aber wir haben eben im Laufe der Zeit keine wirklich brauchbaren Antworten entwickelt. Man konnte nach dem, in dem Zweiten Weltkrieg, einen gewissen Optimismus haben, dass es gelingen werde, aus den Fehlern zu lernen und stabile Ordnungen zu schaffen, also wenigstens im europäischen Raum oder im Wohlstandsgürtel. Wir merken aber zunehmend, dass das ja nicht der Fall ist. Und das ergibt meiner Meinung nach folgende Problematik. Die Linke ist ewig und universal. Ich glaube, dass in jeder Kultur Sie genügend Leute finden werden, die einem linken Programm folgen. Die Mitte ist meiner Meinung nach ein europäisches Phänomen. Die Vorstellungen, die auch Herr Jonken heute referiert hat, dieses Freiheitsverständnis, das Verständnis von Individualität, das alles sind Vorstellungen, die sich vielleicht in anderen kulturellen Überlieferungen in Spurenelementen finden. Aber ich glaube, nicht als Leitmotiv, nicht mit dieser Wucht und nicht dieser Stärke. Wenn man die Rechte jetzt einmal provisorisch definiert als diejenige Strömung, die zuerst die Ordnung des Ganzen im Blick hat und dabei ist noch nicht die Frage geklärt, ob das Ganze jetzt die Kultur, das Volk, der Staat sein soll, dann ist meiner Meinung nach eben für diese Position der Platz geräumt. Alle Fragen, die wir in diesem Jahrhundert gestellt bekommen werden, werden Fragen sein danach, wie soll eigentlich eine Ordnung aussehen, die die Herausforderungen bestehen kann, die da auf uns zurollen. Und ich sehe einfach nicht, dass wir diese Herausforderungen durch Umverteilung in den Griff kriegen werden oder dadurch, dass wir sagen, naja, in dem Augenblick, in dem jedes Individuum seine Freiheit hat und sie entfalten kann, sind eigentlich alle entscheidenden Probleme gelöst. Das wird so nicht funktionieren. Wir werden auf neue Art und Weise auch darüber nachdenken müssen, was denn das Ganze ist und wie dessen innere Ordnung sinnvoll gestaltet werden kann. Und ich glaube, die Unruhe auf der Gegenseite und diese eigenartige Polarisierung, die jetzt hier auch schon verschiedentlich betont wurde, zwischen den Grünen als eine Flanke und den der AfD als anderer Flanke, diese Polarisierung hat sozusagen ihren sachlichen Grund darin, dass eben eine wachsende Zahl von Menschen das Empfinden hat, ja, man muss in die eine oder in die andere Richtung jetzt optieren. Und es wird uns gar nichts helfen, wenn wir jetzt immer nur sagen, ja, ist klar, also wir sind diejenigen, die hier für die Freiheit des Individuums eintreten und so weiter und so fort. Das wird nicht genügen. Die Menschen werden mit Grund fordern, dass man ihnen sagt, unserer Auffassung nach sind die und die Ordnungskonzepte zuträglich und die Ordnungskonzepte sind abträglich und müssen bekämpft und verhindert werden. Vielen Dank. Ja, finde ich, Herr Weismann hat einen Gedanken schon eingeführt, den ich auch einführen wollte, denn bei all diesen Beiträgen, die wir gehört haben, es gibt ja ein paar, sagen wir, metapolitische Ideen, Gerechtigkeit ist zum Beispiel eine davon, die immer eine Rolle spielen. Heutzutage allerdings spielt Gerechtigkeit, zumindest in Deutschland, eher eine nachgeordnete Rolle, bei der ganzen Klimadiskussion geht es eigentlich nicht um Gerechtigkeit, im Gegenteil, wahrscheinlich ist der Abstieg der SPD damit zu erklären, dass das Thema Gerechtigkeit ja vielleicht noch bei den Altsozialisten zieht, aber mehr zieht ebenso der Gedanke, wir müssen die Welt, die Schöpfung retten, Feinstaub, NOx und so weiter. Ist also eigentlich vielleicht der Schlüssel zum politischen Erfolg der Zukunft nicht so sehr die Frage nach der Gerechtigkeit, sondern nach einem guten Angstmanagement, Jörg Meuthen sagte ja auch, die Grünen seien Meister im Angstmanagement, Feinstaub, CO2, NOx, Klima, also wird nicht im Augenblick die Frage der Gerechtigkeit abgelöst, eher durch eine Hysterisierung der Politik und müsste darauf nicht vielleicht auch eine konservative Partei eine Antwort finden, Nein, lieber Herr Jong, Sie. Ja, Angstmanagement ist ein gutes Stichwort, denn das deutet ja schon an, dass man auch bewusst mit diesen Ängsten umgehen muss und dass sie gesteuert, die sie auch gesteuert werden und wir sehen, dass es offensichtlich eine seltsame Verschiebung gibt zu irrationalen Ängsten und weg von Sorgen, die man sich eigentlich machen müsste. Also für mich ist es ganz und gar nicht nachvollziehbar und absolut befremdlich, wie man sozusagen tatsächliche Sorgen, die einem eigentlich auf der Seele brennen, müssten, wenn man die Verhältnisse beobachtet, insbesondere nach der Masseneinwarnung, die wir da erlebt haben. Also ich habe da nicht mehr ruhig schlafen können, als ich diese Kolonnen von Menschen, die ersichtlich nicht in unsere Kultur passen und die zu gravierenden Problemen führen werden, also Parallelgesellschaften und die Kriminalität, all das, ich habe das ja, man konnte das ja mit freiem Auge beobachten, wenn man das damals schon ansah und offensichtlich müssen wir aber konstatieren, diese Angst hat nur einen gewissen Teil, immer noch eine Minderheit des Volkes betroffen und ich finde, das ist eine absolut gesunde Angst und Sorge, auf die man hören muss und die man nicht unterdrücken darf. Ja, aber genau aber genau auf diese Unterdrückung solcher berechtigten Ängste hat es ja dieses falsche Angstmanagement, das von der Regierung natürlich auch von den Links und Grün Bewegten betrieben wird, darauf haben sie das abgesehen. Man soll diese Angst gar nicht erst empfinden, sondern man soll sich schon im Aufkeimen dieser Angst oder dieser Sorge sozusagen als Unmensch selbst identifizieren, der vielleicht rassistische Vorurteile etc. hat, und der jetzt vielleicht einen Hassredekommentar gleich absondert und das soll sozusagen schon im Ansatz unterdrückt werden und das führt dann zu dieser lämmerhaften sozusagen Duldung all dieser horrenden Missstände und stattdessen schürt man dann eben vollkommen irrationale Ersatzängste, würde ich sie vielleicht auch nennen, die durch überhaupt keine lebensweltliche Erfahrung abgedeckt sind, sondern die rein medial vermittelt sind, weil heiße Sommer hat es früher auch schon mal gegeben und weil wir jetzt hier ein bisschen schwitzen, müssen wir uns noch nicht über das Weltklima sorgen, sondern das sind diese permanenten medialen Vermittlungen, die natürlich auf ein vollkommen fehlgesteuertes Angstmanagement hindeuten. Deswegen gefährlicher Begriff, es wird da viel Schindluder getrieben, aber es geht gerade genau darum wieder, die sozusagen instinktmäßig echten und berechtigten Ängste und Sorgen zuzulassen und diese hysterischen Übertreibungen dagegen von sich zu weisen und abflauen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Beantwortung der Frage war, oder ob da noch was entsteht. So, ich hätte noch einige Fragen, aber ich denke, wir sollten jetzt auch die Diskussionsrunde mit dem Publikum eröffnen. Ben, sehe ich dich irgendwo? Ben, 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 kannst du vielleicht das Mikro hier, mein Mikro übernehmen und vielleicht dann an die, an Frau Barbe gebe ich es erstmal selbst, aber dann vielleicht weitertragen? Sie zuerst. Dankeschön. Ich melde mich auf ihren Einwand hin, Herr Weismann. Sie denken an das universelle Weiterleben der Linken. Ich bin da gar nicht so überzeugt, aber es hat natürlich Voraussetzungen. Ich beobachte, dass der Nationalsozialismus gesellschaftlich total geächtet ist. Es wurde ja hier auch gesagt, dass man die Nazis suchen müsste und irgendwo einzeln ausstellen. Aber der Kommunismus, der Sozialismus mit seinen Verbrechen ist überhaupt nicht gesellschaftlich geächtet. Und ich verstehe nicht, und ich verstehe nicht, dass selbst die AfD im Bundestag, die ja die Chance hat, das in jeder Rede zu thematisieren, nicht wie Kato in jeder Rede sagt und im Übrigen bin ich dafür, dass die Kommunisten geächtet werden und ihre Verbrechen, also so in der Richtung. Denn das kann nicht sein, 250.000 politisch Inhaftierte, über 1.000 Grenztote, Zwangsausgesiedelte, Heimkinder, also Verbrechen an Heimkindern, dann die dreieinhalb Millionen Flüchtlinge, die haben alle dieses erleiden müssen und leben ja auch teilweise im Westen nach diesen Zwangsaussiedlungen und Zwangsvertreibungen. Und für mich ist auch unverständlich, dass die Aushöhlung des Rechtsstaates nicht thematisiert wird. Denn die Herrschaft, also Demokratie ist nur möglich durch die Herrschaft des Rechts und dann kann auch erst Freiheit gewährleistet sein. Und dass das nicht thematisiert wird, die dauernde Aushöhlung des Rechtsstaates, das ist mir unerklärlich. Das hat mir Ulrich Schacht mal auf den Weg gegeben, das will ich nur hier einführen, weil ich die Erinnerung an Ulrich Schacht auch sehr wichtig finde. Der hat gesagt, Demokratie, weißt du, das kann jederzeit geändert werden mit anderen Mehrheiten. Aber wenn der Rechtsstaat wieder gefährdet ist, den ihr in der DDR nicht hattet, den wir in der DDR nicht hatten und der jetzt schon wieder abgebrochen wird, dann ist alles zu spät. Ihr müsst dafür einstehenden Rechtsstaat zu erhalten. Und das muss man der Linken zur Aufgabe machen, wenn ihr hier für Freiheit, Menschenrechte seid, dann bitte haltet das Recht ein und das verlange ich einfach. Also was den ersten Aspekt angeht, es gibt nun einmal eine Opferhierarchie, das ist ganz klar, ich nehme an, Frau Steinbach und ich könnten jetzt auch noch hinzufügen, was ist überhaupt mit den Opfern der Vertreibung, warum ist nicht dieses Menschheitsverbrechen im Kollektivbewusstsein der Deutschen verankert, mit Verlaub gesagt, eines der großen Rätsel. Aber was die Frage angeht, warum die Verbrechen des Kommunismus nicht im Bewusstsein verankert sind, einen Hinweis hat Frau Lengsfeld schon gegeben. Das ist kein neues Phänomen. Der Kommunismus hat in der Intelligenz seit der Zwischenkriegszeit immer eine sehr, sehr große Sympathisantenschar gehabt, die alles getan hat, um diese Sachverhalte wegzudrücken. Die Hexenjagd gegen Professor Barbarowski wurzelt letztlich darin, dass er ja nicht aufhört, immer wieder zu betonen, welche Massenverhältnisse das sowjetische System zu verantworten hatte. Und es ist so, wenn Sie in ein durchschnittliches deutsches Schulbuch schauen, dann gibt es dort im Hinblick auf das Sowjetsystem keine Opferzahlen. Und umgekehrt gibt es kein deutsches Schulbuch, in dem Opferzahlen im Hinblick auf das NS-Regime fehlen. Und Sie haben mittlerweile ja wahrscheinlich schon die zweite oder dritte Alterskohorte von Lehrern an den allgemeinbildenden Schulen, denen das ihrerseits in der Schulzeit nicht vermittelt worden ist und an der Universität wahrscheinlich nur im Ausnahmefall. Das sage ich zur Verteidigung der jungen Kollegen, also die sind daran nun am wenigsten schuld. Da müssen Sie dann schon sich also sozusagen auf anderem Wege dieses Wissen verschaffen und es für relevant genug halten, solch anstößige Informationen an die junge Generation weiterzugeben. Das tun nur wenige. Also meiner ganzen Erfahrung nach ist das tatsächlich einfach eine Minderheit und damit ist das im Grunde genommen schon erledigt. Das ist abstrakt und es bleibt natürlich auch bei einem, wie soll man sagen, das ist auch einer der linken Taschenspielertricks, der nämlich darauf hinausläuft, man möchte eben für seine guten Absichten belohnt werden und das findet allgemeine Zustimmung. Wenn ich also einen Durchschnittsschüler frage, was bedeutet Kommunismus, dann sagt der Schüler, dass alle gleich sind. Wenn ich dann zu ihm sage, wäre das gut, dann sagt er spontan ja. So, und was meinen Sie, was das für ein argumentativer Aufwand ist, den man da treiben muss, um ihn davon zu überzeugen, dass das mit Verlaub gesagt eine klare, aber falsche Idee ist, die er da vertritt. Der Aufwand ist erheblich und er wird nach meinem Gefühl, vielleicht liegt es an meinem Alter, immer größer. Der Anmarsch, bis man da endlich angekommen ist, ist unglaublich weit. Demgegenüber, ich bin vor der Grenzöffnung als junger Lehrer jedes Jahr zwei oder dreimal mit einer Klasse in die DDR gefahren, jeweils eine Woche und alle waren danach belehrt. Also die Schüler, die diese Fahrten mitgemacht haben, waren danach alle belehrt. Ich kann mich an eine Schülerin erinnern, ich komme ins Plaudern, entschuldigen Sie, ich bin dann gleich fertig, aber diese Anekdote gehört zu meinen Lieblingsanekdoten. Das war also so ein richtiges Disco-Mäuschen, wie man damals sagte und die hatte in ihrer klassischen Stimmung gemacht gegen diese DDR-Fahrt mit der Begründung, da gäbe es keine Disco, was sie denn da abends machen wollten. Und Sie bist bloß bei unserem darin liegen Schulleiter auf Granit, der war nämlich was ganz Eigentümliches, der war ein Patriot und der hat dann gesagt, ihr habt die Wahl, also entweder DDR-Fahrt oder keine Klassenfahrt, das könnt ihr euch jetzt überlegen. Und dann also wurde zähneknirschend die DDR-Fahrt akzeptiert. Als die Fahrt zu Ende war, da sagte sie zu mir, also wissen Sie, bis wir losgefahren sind, habe ich immer gedacht, die DDR ist sowas wie Dänemark. Also es liegt nahe bei, aber ist letztlich doch ganz anders. Jetzt habe ich verstanden, wovon Sie immer reden. Die sind da eigentlich genauso wie wir. Und wissen Sie was, denen geht es wirklich schlecht. Da habe ich gesagt, woran hast du denn das gemerkt? Ja, ich bin da in so einen Elektroladen gegangen von der HO und wollte für meinen Walkman neue Batterien haben. Und die haben mir da gesagt, was denn das für eine Idee sei, dass man da einfach rein spazieren könne und wolle neue Batterien kaufen. Dann habe ich gesagt, in Ordnung. Also diese junge Dame war von nun an wahrscheinlich immunisiert gegen jede Propaganda zugunsten der DDR, denn wenn ihr Walkman nicht funktionierte, war ihr Leben sinnlos und das war die Konsequenz. Aber ich habe diese anschaulichen Beispiele nicht mehr und ich kann nicht überall sein. Und insofern, ich habe es wirklich in fast 40 Dienstjahren nach Kräften versucht, aber ich glaube, dass das wenig bewirkt hat, abgesehen von Einzelnen. Es tut mir leid. Eine freundlichere und wohlwollende Auskunft kann ich leider nicht erteilen. Also ganz schnell nur zwei Bemerkungen. Erstens Rechtsstaat. Wir weisen bei jeder Gelegenheit auf die Rechtsbrüche der Regierung hin. Wir prangen das permanent an und wir verstehen uns nicht umsonst als die Rechtsstaatspartei in Deutschland. Also wir tun da wirklich, was wir können. Und was die Linken angeht, so glaube ich, lassen wir auch keine Gelegenheit aus, um die als die Mauermörderpartei und als die Erben der SED und so weiter darzustellen, wenn sie mit ihren hochtrabenden moralischen Duktus daherkommen. Also das geschieht schon immer wieder. Und noch vielleicht eine Ergänzung auch zu dem Umstand, dass die DDR-Verbrechen oder die Allgemeine des Sozialismus so nicht thematisiert werden und das immer wieder unter den Tisch gekehrt wird. Das hat natürlich erstens zu tun damit, dass das Sowjetregime zu den Siegern des Zweiten Weltkriegs gehörte und damit natürlich der Sieger schreibt die Geschichte, der auch die Geschichte mitgeschrieben hat und es den Intellektuellen erleichtert hat, sozusagen noch lange da an der Stange zu bleiben und diese Ideen auch im Westen weiter zu verbreiten. Und was dazu wiederum einen großen Beitrag geleistet hat, ist der Umstand, dass die Kommunisten ihre Ziele immer mit so universellen Menschenrechtsvorstellungen, mit Gleichheit, mit Gerechtigkeit etc. bemäntelt haben, sehr geschickt gemacht, ob jetzt völlig unberechtigt aus ihrer Ideologie heraus oder nicht, sei dahingestellt, jedenfalls doch in der Praxis völlig missbräuchlich, aber sie haben es getan, im Gegensatz zu den Nazis, die ja ganz deutlich sagten, es geht um die Eroberung unseres Lebensraums und die sozusagen auf die egoistischen Ziele des eigenen Volkes gegen die anderen ganz offen ausgesprochen haben und das hat sie natürlich zusätzlich zur militärischen Niederlage total delegitimiert und insofern sind sie die totalen Verlierer der Geschichte, während die anderen sich immer wieder so darstellen konnten, als den Mythos aufrechterhalten konnten, unsere Ziele sind ja gut, aber die Durchführung war bisher nicht gut und diesen Mythos, der ist offenbar sehr schwer zu brechen. Vielleicht kann man mal auch darauf hinweisen, dass ja auch die Nationalsozialisten eine Spielart des Sozialismus sind. Das haben die ganz geschickt verstanden und verstehen es weiterhin zu unterdrücken, aber wenn man das mal ein bisschen genauer sieht, dann versteht man auch vielleicht ein bisschen besser deren Besessenheit geradezu von diesem Nazi-Syndrom und Phantom, die Gegensätze sind da oft sehr, scheinbaren Gegensätze oft sehr nahe beieinander und ich glaube, dass diese Besessenheit und dieses Sehen des Nazis im Anderen, dass das durchaus eben auch psychologische Rückschlüsse und auch politische Rückschlüsse auf die eigene Struktur bei den Linken zulässt und darauf weisen wir auch immer wieder hin. Herzlichen Dank, Herr Nick Zotz, ganz tolle Veranstaltung. Es geht schon wieder an den Lehrer, der Vater von bis jetzt fünf Kindern. Lieber Herr Kollege Weißmann, dankt Ihnen sehr herzlich und den Papa-Preis hätte ich auch gewonnen. Ich möchte mir gestatten, noch ganz schnell aus Wirtschaft und Wissenschaft ein Beispiel oben dran zu legen. Das ist zwei Tage alt. Die Präsidentschaft der EU hat im Moment Rumänien und so war bis gestern in Bukarest, dem Ceausescu-Tempel, das Euro-Nano-Forum abgehalten. Gestern Abend bin ich mit Kind und Kegel hier angekommen. Ich werde noch immer dort eingeladen. Ich bin Nanotechnologe und vergleichsweise hoch dekorierter Unternehmer in diesem Bereich und habe dann da meinen Vortrag abgeliefert. Unmittelbar nach meinem Vortrag der Nachredner hat dann als seine Einleitung an das gesamte Plenum erklärt, dass seiner Meinung nach jeder, der nicht an den Mensch gemachten Klimawandel glaubt, also ich, ins Gefängnis gehört. Expresses verbis. Und das Ganze ist unwidersprochen passiert, außer von mir natürlich. Das wollte ich mal eben dazu fügen. Ich wollte nur kurz eine Frage stellen. Können wir nicht auch von den Linken etwas lernen? Also die Frau Lengsfeld hat angesprochen, 130 Millionen jedes Jahr im Kampf gegen rechts. Der Staatssekretär Krings hat letztens geäußert, ja, es gäbe dieses Geflecht, womit das bürgerliche Lager quasi überwacht wird. Auf der anderen Seite gäbe das gegen Linksextremismus gar nicht. Das wurde von Markus Bühl, einem AfD-Abgeordneten im Haushaltsausschuss mehrfach thematisiert. Daraufhin bekam er die Antwort, naja, auf der anderen Seite gäbe es ja die Vereine gar nicht, die die Anträge stellen könnten, wie Frau Lengsfeld sagte, die also die Worte ausfüllen, damit sie dann Geld bekommen. Mal als Anregung an die anwesenden Multiplikatoren, Abgeordneten und Sonstiges. Man kann vielleicht auch ein bisschen was von den anderen lernen und organisieren. Ich habe eine Frage aus der Sicht eines Theologen, der manchmal sogar unter der eigenen Kirche zu leiden hat. übrigens auch in Sachen Meinungsfreiheit kann man sich manchmal an den Kopf fassen, was auch in den Kirchen an Meinungen unterdrückt, an legitimen Meinungen unterdrückt werden. Aber das ist jetzt ein Problem auch der Macht. Ich habe eben gelernt aus der Diskussion oder aus den Vorträgen, Meinungsfreiheit ist auch eine Frage der Macht. Allerdings meine ich, ist es vielleicht nicht die Frage einer rein physischen oder einer finanziellen Macht, sondern auch einer geistigen Macht und einer Macht, die also von Leuten, die argumentieren können oder die wenigstens ihre gemütvollen Betroffenheiten also lautstark artikulieren können. Und da ist jetzt meine Frage an den Philosophen. Haben Sie auch den Eindruck, dass man heute immer schwerer auch mit offenen Worten innerhalb der Kirche oder zwischen einer Partei der AfD und den Kirchen jetzt auch auf den protestantischen Katholiken Tag, das ist ja alles austauschbar inzwischen, sind ja die AfD-Leute hier gar nicht eingeladen worden. Hier ist offensichtlich auch eine Sprachlosigkeit im Gange, eine auch völlige Verdrehung der Begriffe, deren Inhalte ausgetauscht werden und wo man auch gezielt aneinander vorbeiredet, weil man einfach die Begriffsstrategie etwa der zwischen links und rechts gar nicht mehr begreift und nicht mehr auf einen Nenner erbringen kann. Also es ist eine Kommunikationssperre eingetreten zwischen einer bestimmten Partei hier der AfD und eben auch den Kirchen. Ich finde, das ist deswegen bemerkenswert und schwierig dann auch für eine Partei, die doch noch einen Rest von Vernunft an Menschen, normaler Menschenvernunft, Mensana oder sowas haben will und nicht alles durch irgendwie, ja, ich kleide meine Frage in einen Gegenvortrag oder eine Ergänzung, entschuldige Sie, jetzt möchte ich aber mal gezielt darauf Sie anfragen, haben Sie das Gefühl als Philosoph der Fachmann für die Vernunft und Vernunft Argumentation ist, ob man überhaupt noch mit den Kirchen vernunftbezogen, begrifflich, klar diskutieren kann oder haben wir es hier eher mit einer überschäumenden Fantasie geladenen Gefühlsduselei zu tun, die auch den Begriff der Religion hier leider in den Misskredit zu bringen versteht? Ich glaube, es ist nicht viel anders wie mit dem Kontakt zu Parteienvertretern auch, anderer Parteien oder Organisationen, die staatsnah sind oder vom Staat mitgetragen oder finanziert werden, da liegt ein Hauptproblem, auch bei den Kirchen. Also abseits der Kirchentage, zu denen wir häufig nicht eingeladen sind, weiß ich von unserem religionspolitischen Sprecher, im Bundestag kommt aus meiner Landesgruppe Baden-Württemberg, dass er sehr wohl auch diesen Gesprächsfaden immer noch hat und pflegt zu diversen Kirchenoberen und Vertretern, vielleicht nicht den ganz oberen, aber so im Mittelfeld. Also da gibt es einige, auf die auch genau das zutrifft, was heute schon zur Sprache kam, dass man eben sich privat verständigt und sagt, du hast ja recht, aber ich darf es nicht sagen und so weiter. Diese Verhältnisse gibt es und es ist ja zum Beispiel auch erstaunlich, dass es gerade in der AfD sehr viele sehr gläubige und engagierte Christen gibt und zugleich bezeichnend, dass sich die oft nicht in den großen Amtskirchen organisieren und sammeln, sondern eher in Freikirchen. Das heißt eben in solchen, die nicht an diesem Staatstropf hängen und da sehe ich das große Problem an dem Kirchensystem in Deutschland, dass das so stark vom Staat alimentiert wird und dass sie eigentlich sozusagen die Priester und die Bischöfe wie Staatsbeamte, der Status ist quasi der von Staatsbeamten und so verhalten und benehmen sie sich auch. Es ist quasi wie sie gehören zu diesem großen Staatskomplex und da müsste man wieder mal an die Zwei-Reiche-Lehre von Luther oder auch schon von Augustinus vielleicht eher nochmal erinnern, der genau das nicht wollte, der die Trennung zwischen den geistlichen und den weltlichen Dingen feststellte und diese Trennung musste wieder deutlicher gezogen werden in dem Moment, wo diese Leute nicht mehr vom Staat alimentiert werden, sieht glaube ich die Gesprächslage völlig anders aus. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, soweit dazu. Also, vielen, vielen Dank, Sie haben alle fabelhaft ausgehalten, Sie sind also Schneeflocken resistent und damit geeignet jetzt auch in Berkeley und in anderen amerikanischen oder englischen Universitäten oder auch an Deutschen erneut zu studieren oder zu studieren. Ich will noch einmal erinnern an das Zitat, das Norbert Bolz vorhin gebracht hat von Hans-Jörg Friedrich. Ein guter Journalist macht sich mit nichts gemein nicht einmal mit einer guten Sache. Dieses Zitat bitte ich zu vergessen. Es ist ein falsches Zitat, es ist ein dummes Zitat, ich habe es nie akzeptiert, für mich nicht, denn es gibt durchaus Dinge, für die man eintreten sollte und mit denen sich ein Journalist identifizieren sollte und dazu gehört vor allem die Meinungsfreiheit. Der Kampf für die Meinungsfreiheit ist eine wesentliche Grundlage der Demokratie, es ist sogar vielleicht die wesentliche und mit diesem Kampf können sich Journalisten identifizieren. Denn ohne diese Meinungsfreiheit funktioniert Demokratie nicht. Deshalb nennt das Bundesverfassungsgericht die Meinungsfreiheit als schlechthin konstituieren. Wohlgemerkt, das sagt das Bundesverfassungsgericht nicht über die Religionsfreiheit, es sagt es nicht über die Berufsfreiheit und es sagt es auch nicht über die freie Entfaltung der Persönlichkeit, sondern im Zentrum dieses Staates, im Zentrum der Demokratie steht die Meinungsfreiheit, denn ohne die Meinungsfreiheit ist alles nichts. Und die Meinungsfreiheit steht nicht nur im Zentrum der Demokratie, sondern sie steht und da bin ich Marc Jongen sehr dankbar, dass er darauf hingewiesen hat, sie steht auch im Zentrum der Menschenwürde, denn wenn wir keine Meinungsfreiheit haben, ist auch die Würde des Menschen massiv tangiert. Dazu vielleicht noch drei Meldungen zum Tage, wie stark die Meinungsfreiheit im Augenblick tangiert ist. Der Bischof von Chile ist zurückgetreten am gestrigen Tag oder vorgestern, ich glaube gestern, weil er sagte, wenn wir die Bibel ernst nehmen, muss es auch eine gewisse Bedeutung oder hat es vielleicht auch eine gewisse Bedeutung, dass am Abend mal keine Frauen teilgenommen haben, schon diese Auslegung, eine Andeutung führte zu einem Aufschrei und zu seinem Rücktritt. In Großbritannien ist gerade eine neue Richtlinie verabschiedet worden, nachdem Gender Stereotypen, also vor allem heterosexuelle Paare mit Kindern, Vulgo-Familien in der Werbung nichts mehr zu suchen haben, sie sind also Gender Stereotypen sollen aus der Werbung verschwinden und dann gibt es auch, damit muss ich mich jetzt beschäftigen, eine neue Attacke auf die Meinungsfreiheit von Seiten der EU, nämlich den sogenannten Digital Service Act, der soll jetzt kommen, danach oder darin wird nicht nur oder darin wird unterschieden zwischen Illegal Content und Harmful Content, also es soll nicht nur illegaler, also rechtswidriger Inhalt verboten werden, sondern es soll künftig auch verletzender Inhalt bedroht oder sanktioniert werden und damit, das ist völlig klar, ist man am Ende der Meinungsfreiheit, aber da heute schon mal vom Frauenfußball die Rede war und wir jetzt auch gerade die Frauen WM haben, ich kann Ihnen allen versichern, es gibt Hoffnung und diese Hoffnung begründet sich nicht nur auf dem Wirken der AfD und nicht nur auf dem Wirken der Desiderius Erasmus Stiftung, diese Hoffnung gründet sich auch in die Vernunft Begabtheit der Deutschen. Sie wissen, ich war lange Zeit bei der Redaktionsleiter in Frankfurt und das war 2011 glaube ich vor acht Jahren nämlich bei der vorletzten WM Frauen WM und es kam so die deutschen Frauen waren der haushohe Favorit aber sie schieden schon im Achtelfinale aus und nun die Begeisterung für die Frauen WM die nie sehr groß gewesen war fiel von einem Tag auf den anderen relativ weit nach unten und also erhielt ich als kommissarischer Leiter der Redaktion in Frankfurt irgendwann einen Anruf vom DFB und die Frage war ob wir denn einige Tickets unter die Leute bringen könnten und dann sagte ich alte Sache ja natürlich können wir das aber wissen Sie wenn wir aufschlagen dann muss das schon größerer Aufschlag sein also 10 15 Tickets das wäre uns zu wenig wir reden eher so über 100 worauf dann die Antwort war naja und wir reden eher über 30.000 und dann war das allerschönste also wir machten das wir machten eine große Tombola und es kam auch wir verteilten dann einige tausend Tickets aber das war rührend wir kriegten dann auch zwei drei Briefe zurück mit den Tickets und da stand dann drin naja man wolle ja anderen die Tickets nicht wegnehmen und so interessant sei ja Frauenfußball doch nicht also hier hätten wir Tickets zurück und das hat mich dann davon überzeugt dass die Deutschen sich nicht jedes X für ein U vormachen lassen sie erkennen schon was richtiger Fußball ist und was falscher oder was nicht so richtiger Fußball ist und deshalb glaube ich auch dass sie die Wirklichkeit erkennen und irgendwann auch politisch erkennen werden welche Parteien ihnen einen X für ein U vormachen und welche ihnen die Wahrheit erzählen und ansonsten möchte ich noch einmal an das sehr schöne Zitat von Vera Lengsfeld erinnern freiheitliches Handeln bedeutet dass wir unsere Heimat nicht kampflos der Demontage überlassen wollen genau darum geht es und deshalb herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit herzlichen Dank dass Sie hier gewesen sind verehrtes Publikum die können viel mit nach Hause nehmen ich hoffe sie tragen das auch unter die Menschen und reden davon land auf land ab nur nicht schweigen das ist das schlechteste was man in dieser Situation tun kann ich bedanke mich dass Sie trotz dieses sehr warmen Wetters hier ausgehalten haben und wünsche Ihnen ein gutes schönes Wochenende herzlichen Dank wieder herzlichen